Willkommen zu einer weiteren Runde TTT Blitz. Heute mit dabei TauTau, Maro, Kundra, Nils, Granz, Maxi und Dalo. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachten. Hallo und genießt euren freien Tag. Fizz klingt irgendwie so ein bisschen wie der Ansager vom Eurovision Song Contest. Was meinst du, Maro? Morgen könnt ihr endlich die Geschenkungen tauschen, die scheiße waren. Hallo, Fizz. Macht man das wohl heute auch noch? Ja, aber damals hat man Leuten mehr Sachen geschenkt, einfach so, weil du dachtest, das ist cool. Und heute fragt man doch eh alles. Okay, Fizz war es, er hasst mich. Er muss es gewesen sein, den war ich fertig. Wenn es das letzte ist, was ich töte. Ich wehre mich. Na Quatsch. Ja, mir egal. Wir machen sogar Sarsis, ich bin schlichter Wichter, dass er geheult ist. Ansicht gerecht. Hier, Dete, rette Grenz. Grenz ist nicht mehr zu retten. Was? Grenz? Doch, du kannst sie doch retten. Musst du die Leiche nutzen. Hier ist eine Mikrowelle auf der Straße. Ja, aber das ist eine Mikrowelle, Mikrowelle. Boah, ich bin tot. Ich bin tot. Wieso bist du denn? Boah, ich bin tot. Boah, ich bin tot. Boah, ich bin nicht tot. Ja, er ist, er ist tot. Ja, warte mal, das kam aber von hinter ihm. Da hinten, hinter dem Haus. Ist er vergiftet gewesen? Das Haus in die Straße? Dann gehe ich links rum. Hier, Kunran, wo ist das gewesen? Hey, 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 hey. Ja, das musst du aber gewesen sein, Kunran. Warte, es gibt keinen anderen Weg. Warte, es gibt keinen anderen Weg. Sorry, das war der Klassiker. Das war der Klassiker. Nachdem werden die Waffe weggeworfen. Damit er sich nicht wehren kann. Das gibt jetzt nichts. Nee, ich hatte einfach nur das Déjà-vu. Wenn ich Traitor gewesen wäre, wenn ich Delta gewesen wäre, ich hätte geschossen. Ja, aber du hättest doch lieber mich abgeschossen. Ich hab doch gesagt, er soll die Waffe wegwerfen. Ja, aber er hat die Waffe weggeworfen. Ja, das hast du auch gemacht und damals warst du Hindu. Ja. Ja. Es geht ja darum, dass derjenige erschossen wird, der seine Waffe weggeworfen hat. Ja, das war ein Indo. Ja, na und? Ich sag ja, ich hätte geschossen oder so. Auch wenn ich Traitor gewesen wäre, hätte ich meinen Traitor-Kollegen erschossen. Oh, der Schneemanns-Kopf, das hat er gewonnen. Nichts wird damit sagen, Q ist Kill-Command. Maru ist Traitor. Wieso? Weil du eben hier rauskommen wolltest und dann so, hm, ich müsste jetzt doch erstmal kaufen. Dann bist du da drin geblieben. Geil. Vorher gerungen, der hat meine Second Chance rumgesponnen. Fisk ist schon im Waldschrank geworden. Ich war im Schneemann und hab ich das Fenster gekriegt, zwecks Spawnen, hab auf Leertaste drückt, dass ich auf dem Spawn spawne. Das Krantelbad. Aber das hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil es auch keine Leiche von dir gab. Das könnte sein, ja. Und wahrscheinlich dezimiert. Fisk ist in irgendeinem Iglo verschwunden. Tschüss. Ich hab ausgewählen, dass wir am Spawnen spawne, aber es ist dann leider nichts geschehen. Was ist passiert? Wir hatten hier noch einen Blitz, ihr Brubberes. Ich glaub, ich hätte noch einen. Ich hab doch einen, ich weiß nicht, wen ich blitzen soll. Jetzt ist vielleicht noch ein bisschen sehr früh, oder? Ist ja gerade jetzt die Besten, oder? Wenn du jetzt zwei Treffer kriegst, mit deinen zwei Namen, die du nennst, das wär natürlich ein Jahr. Also für dich die Ruhe ist es Nils, ne? Und Maru. Da haben wir wahrscheinlich gerade nachgefragt, damit er die Leute als erstes... Nils und Trisk und... Das müsste TauTau sein. Warum ich jetzt? Ey, ist... Da geh ich mal nicht hin, der explodiert noch. Oh, das ist weggehabt. TauTau ist Trader und Nils und Fisk sind noch geblitzt. Fisk war im Igloo irgendwo. TauTau kann auch nicht spawnen. Ja, der ist aber wieder weggelaufen. Aber wer wahrscheinlich weiß... Weil der hat gesagt, dass einfach der schon tot ist, aber... Hier hinten war ich ja noch nie auf der Map. Ich weiß nicht mal, dass die so groß ist. Jetzt... Sehst du mich groß, ja? Oh, Fisk ist glaube ich schon tot. Echt? Aber von wem? Der Kunde angesagt. Die Kunde hat TauTau erschossen. Ne, ja gut. Hier oben, das ist Maru. Okay. Nils wird sich aber irgendwo verstecken. Nicht, dass wir noch irgendwelche Geister suchen. Also, dass die beide schon tot sind. Und... Zwei Tote geblitzt auch gut. Der läuft gerade durch die Mitte da? In der Straße. Hallo. Ihr habt mich die ganze Zeit mit der Traitor Leiche allein gelassen. Und er ist nicht wiederbelebt worden. Weil keine Crids mehr ist. Ich bin gerade runtergefallen. Können wir irgendwann die Leichen kommen von Fisk? Ihr sagt eigentlich, der Fisk ist schon tot. Aber sieht ihn keiner. Irgendwie findet man hier weder Leichen noch irgendwas anderes. Ja, sehr wahrscheinlich sind sie also schon tot. Was ist mit Grants? Und wenn er... Dann hat einer von euch den erschossen, als ihr ihm hinterher gerannt seid. Also mit Grants. Maru und ich waren beide oben im Haus. Nix. Grants ist mit einem von euch losgelaufen. Das ist Maru. Das ist Maru. Ja. Maru, sag was, wo ist er? Ich bin hinter dir auf der Straße, aber ich hab ja... Hast du ihn gerade erschossen? Maru? Ja, hallo. Ich weiß, dass du ihn gekillt hast. Wir sind die letzten beiden. Aber dann musst du es gewesen sein, du Witzbold. Kann nicht sein. Ich weiß ganz genau, wo ich bin. Maru hat aber gesagt, dass du es bist. Und Maru ist safe, Inno. Ja, dann confirm ihn doch. Wenn du weißt, dass er ist. Hä, er hat geblitzt! Da muss ich ihn nicht confirm. Mehr safe kann er ja nicht sein. Wer ist da im Haus? Bist du das? Ja, gut. Um mein Haus ist aber auch noch einer rumgelaufen, wenn ich das richtig gehört hab. Ja, einer ist direkt an meinem Haus. Hast du auch recht? Ja, ist auch einer. Ist auch einer. Der läuft jetzt auf der Rückseite gerade. Also weg von der Straße. Der kleine Nils. Der ist jetzt überlebt. Der ist jetzt eigentlich geblitzt. Der war ja auch die ganze Zeit im Wald am Arsch. Der war ja auch die ganze Zeit im Wald am Arsch. Der war ja auch die ganze Zeit im Wald am Arsch. Der war ja auch die ganze Zeit im Wald am Arsch. Schön das Geist hinten im Wald rum. Wer war eigentlich für Blitz? Nils und Fisk. Nils und Fisk. Und Fisk war aber schon von Nils erschossen worden. Ja. Den wollte ich gerade confirm, dann wurde er auch erschossen. Genau in dem Moment. Du hast hinten die Leiche decke, das Grants ist unerschossen. Das Timing mit Maru war ja perfekt. Dann war ich ja noch nie. Oh, hier ist roter Schnee. Sollen wir die vor die Tür stellen? Das ist schon vorbei. Du musst ja ein Jahr warten, Alter. Trotzdem Weihnachten. Das ist schwer für dich. Kann ich heben. Was muss ich eigentlich von dir anhören? Oh mein Gott. Holy shit. Ich hab aus Versehen nur auf dem Boden geschaut. Guck doch, der Einschuss am Boden. Hier nicht mein Einschussloch, aber ja. Du hast auf dem Boden geguckt. Ich kauf dir das gerne mal ab. Ja, ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Bin mir irgendwann mit der Maus gegen die Natur gekommen. Beim Shoppen. Dann schießt du ja nicht. Kannst du im Shop schießen? Gehst du denn die Treppe hoch? Nein, geht nicht. Ne. Wie, was, wie? Nein, geht nicht. Ja, weil Nils hier richtig komisch die Treppe hochgegangen ist. Einfach schon mitdrehen. So. Vorsicht Tauta, Nils ist fertig. Hinter mir, hinter mir, Dalu. Dann ist es Kunran. Dann ist es Kunran. Der ist nämlich noch mit im Haus. Im Turm. Kann einer bitte auf das große Haus gucken, ob oben einer rauskommt? Okay. Ach, im großen. Warte her. Dalu hat da oben bestimmt seine Zeit nun. Achso. Wartet darauf. Ja, und für einen, oder wie? Ja. Ne. Der will ja, dass wir alle in die Richtung gehen und dahin gucken. Franz ist da noch oben. Vielleicht hat er von da oben frei. Ich bin ja auch, hab doch gerade gesagt, dass ich hier reingehe. Ganz gut gleich, ja. Komm, bis dahinten geht's noch. Ey, man darf auch nix machen hier, ey. Jetzt wird man fast wieder abgeknallt. Bist der Waldmensch. Mhm. Bin jetzt weggegangen übrigens von da. Ja, jetzt ein Wendigung, wenn man keinen Ballismus mitnimmt. Wendigo? Was? Ja, wenn du im Schnee oben Menschenfleisch isst, wirst du zum Wendigo. Ja. So nah hat Yeti. Ist nicht Wendigo eher ein anderes Wort für Wehrwolf? Nee. Nee. Schneeviech. Ich dachte immer, Wendigo wäre ein anderes Wort für Wehrwolf. Oder andere Bezeichnung halt. Nee, das wäre ja ein Blutgrundsäger Yeti. Ah, okay. Dallos ist still. Dallos ist schon totbestimmt. Oh, der erwartet irgendwo. Naja. Ich bin hier erst seinen Punkten. Lass gut rein. Grund rein ist es. Wo ist er? Beckenhaus? Im großen Haus oben. Und doch halbes Leben, ich auch. Nicht hau, da ist hier drin. Ne. Das ist das große Haus da oben. Andere Treppe. Treppe, okay. Pass auf, er kann ja nicht explodieren. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Da hast du noch geguckt. Confirm. Confirm, bitte. Hat eine Cypher gehabt. Du? Kommt der wieder? Nee. Ich bin tot. Nee, ich schadne es dann noch aus. Er bleibt tot. Also Maro und dich sind schonmal safe. Genau, wir wurden angeschossen und haben drauf geschossen. Uns auch. Ja, dann Grants und Fisk. Führt ihr durch. Oder blitzt. Geht nicht. Wer liegt da noch? Fisk ist eh schon die ganze Zeit so still. Wieder eine Leiche. Da kommt eine Leiche hier im Wald. Ja, dann ist Grants. Maxi. Bleib mal stehen, Nils. Wie im Leben. Wo ist er? Grants sieht mich, während ich die Straße entlang laufe. Vielleicht macht er den gleichen Trick wie ich. Was? Er verkämpft sich im Wald? Ja. Alles hier geändert, ey, von der Reihenfolge her. Was ist im Shop? Shop irgendwo im Wald wahrscheinlich. Findest du der Silence AVP, oder was? Da, da, direkt. Nils. Bin hinten, Nils. Da bin ich. Oh, hallo. Ja. Oh, das ist ja Wasser. Dann ist Tautau da. Der ist auch Tautau, ja. Der ist auch im Wald. Der Grants ist schon gar nicht. Ich glaube, oben beim großen Haus habe ich gerade nicht gesehen. Tautau, bleib mal, wo du bist. Ja. Das Problem ist, das ist doch so grenzt sein mit hier. So als Killer im Wald. Ja. Da recht. Du hast auch zuhörst vom großen Haus. Ja, er ist im großen Haus. Auf der Treppe. Er hat mich vergiftet. Okay. Er geht die Treppe rauf. Okay. Räuchern wir ihn aus. Oh nein, ich hab meine Waffe weggeworfen. Ich bin. It's a trap. Weiß nicht, wo er hin ist. Oh, sorry. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich seh auch nichts. Er ist auch hinten. Hinterm Haus. Hinterm Haus. Ein blauer Container. Ich weiß nicht, wo ein blauer Container ist. Ein blauer Container hinterm Haus. Da ist ein rotes Auto. Ich bin nämlich so dämmersten blind. Oh, irgendwie im Stein ist das schon? Scheiße. Ich hab schon mal runtergelaufen, runtergerutscht. Schon in den Stein versteckt hat er sich, glaube ich. Irgendwer schießt auf mich. Ja, war mir eine Ehre mit euch zu meddeln. Da ist ein Irgendwer drauf. Da bin ich Irgendwer für dich. Ah! Okay. Sag ich doch, das grenzt dein Spiel hier. Hätte uns nicht trennen dürfen. Den Fehler machen sie immer wieder. Nur haben wir eine Weise, worauf wir haben keine Shotguns. Ey, warte mal, kann man da oben rauf? Oben rauf? Oh. 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 Hey! Kann ich von oben? Okay, das war ein Greg. Das war eigentlich alles. Dein Schiff, der Klaus. Wow. Ich dachte, ich kann mich auf den Baum stellen. Und so geil. Gwenz war oben auf dem Dach, tautau, guckt aus dem Turm raus und sieht den halt einfach überhaupt nicht. Der war eigentlich direkt nebeneinander. Ganz lange Zeit. Der ist so ein blöder Schatten. Der ist so ein blöder Schatten. Der siehst du gar nichts. Ich hab dir von unten auch nicht gesehen. Ach, man kann genau auf dem Baum stehen bleiben, wenn man es schafft. War das so geil, als es ums Blitzen ging und Grantsum meinte, ja ne, ich kann nicht. Ja. Ich hab sogar noch gesagt, ja mit Fisk und so. Ich hab Fisk abgeschossen. Und er hat mich halt die ganze Zeit angeguckt. So. Wieso? Hast du nicht mitgerechnet? Ich hab die nicht. Oh, nee. Aber ich hab immer tot. Ach, Herr. Genau gewusst. So, Rennemat, geht los. Irgendwas ist am Anfang. ach nöööö ... Oh Nein, dass ist so nööö ... Scheiße, ich geh grad hier diese Treppe hoch. Aber das ist jetzt angenehmer. Warum? Ist jetzt net so schli- na, für die Zeitabstände ist das jetzt angenehmer. Ermqualsch, sag dann mal das gleich halt! Jetzt sollte man. Alter, ich bündelmehin, das dauert jetzt zum länger. Aach Billyostei Aber der Abstand zwischen den beiden Sachen ist einfach zufällig. C Juan C Ben Geht ja gar nicht. Oh, hier hat jemand einen Unfall, ey. Hier ist ein Auto. Den Abhang runtergekommen. Filsk ist es! Was, hier ist Wasser? Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Ich glaube, Filsk hatte irgendeine, der hat eine ganz komische Waffe in der Hand. Ich hab immer noch eine Intervention in der Hand. Irgendwann hat er eine ganz komische Waffe. In der Stadt ist auf jeden Fall Lemonade hochgegangen. Ah, dieses Rotate. Also, wenn du einen Sniper killst, steifeln Dalu so überhaupt ein Haus drauf in der Sniper. Nicht mehr, bin jetzt runtergefallen. Hab 30 ab. Brunner ist auch dahinten bei Dalu. Ich bin auch dahinten, ja. Ah, fuck. Fucking Rotate, Baby. Nils! Wo ist er? Ist das Baby geschossen? Hat den Rotate verfehlt. Okay, Filsk ist tot, scheinbar. Ist das Tautau? Irgendwann hier müsst ihr ein bisschen sein. Für Nils muss das gewesen sein. Nils hat das sogar zugegeben, dass das ist. Er war irgendwann gerade was Rotes. Irgendwann im Wald, glaub ich. Ich bin im Wald. Wie, was rot ist halt. Dann musst du ja das T gesehen haben. Das ist Max. Ne, ne, der war irgendwann rot. Hier ist in dem Gebäude einer drin. Das ist Tautau. Ja, beim roten, äh, beim großen Gebäude. Kundrad ist safe, der wird abgeschossen. Fucking Rotate. Tautau lebt ihr noch? Ich hab keine Mütze ohne mehr, Hilfe! Ich auch nicht. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Wartet, er geht nicht hoch, er geht nicht hoch. Und er bleibt, er bleibt, er bleibt. Und Dalu? Nils bleibt. Wo ist seine Leiche überhaupt? Also keine, keine, keine Quills mehr gehabt. Tautau? Hallo? Tautau und Kundran wurden... Warte mal, was haben wir, also Kundran und Tautau sind auf jeden Fall, die sind angeschossen worden. Ja. Das heißt, du, Grenz und Dalu. Ja, ich bin safe! War nicht Dalu. Ja gut, dann Grenz wohl. Und der versteckt's dir wieder irgendwo wahrscheinlich. Warum nimmt der die Leiche mit? Wer nimmt die Leiche mit? Der stand auch noch so dahinter und ach mann. Ja, schon. Dalu hat doch Kundran, glaub ich, gesetzte angeschossen worden. Und dann liegt hier oben noch ne Leitenden. Ja. Das Fisk. Die Grenz wieder seine Spielchen. Ne, Grenz ist oben im... Ja, Grenz oben im Turm. Grenz schnipert wieder. Ähh, wir gehen wieder von neuem. Du meinst die Jagd? Au! Das wird diesmal drehen. Aua. Das war bitter. Ach, diese scheiß Tränen ey. Kauft ihr denn doch immer so nen Quatsch? Ja, versteh auch nicht. Wo ist Grenzen jetzt? Er war vor letzter Sichtpunkt oben am Turm. Aber hier liegt auf jeden Fall Maru noch. Sehe ich. Ich glaube nicht, dass er dann noch ist. Hier liegt auf jeden Fall noch eine weitere... Also eine Leiche liegt hier mal. Was hab ich denn Maru getötet? Ich glaub mit dem runterfallen. Achso. Hast du Flopper? Ne. Hä? Hey, coole Idee eigentlich. Maxi ey, du denkst ja mit ey. Ach der ist explodiert. Der ist explodiert. Muss ihn doch haben. Ach hier, Mikrowelle. Na ja. Nee, verstehe. Ich seh ihn grad nicht mehr beim Turm hier oben. Das heißt, er könnte irgendwo weit rumlaufen. Nur weil du ihn getrunken hast, ist die Flasche nicht weg. Richtig. Aber die andere ist immer weg dann. Ach, ne. Ach komm, dann kommt der Klassiker halt jetzt mal wieder zum Vorschein, ey. Der ist ja auch nicht sein. Der ist aber nicht so cool. Der ist ja auch nicht geiler. LOL. Hä? What the fuck? Was ist los? Wir sind oben beim Turm. Das war deine Idee, Maxi. Ich kann da nichts führen. Weißt du gehst jetzt wieder hoch und warte, bis ich dann unten stehe und dann springst du mir auf den Cocktail. Echt ey. Oder du grapplst dich rum. Weiß halt einfach nicht. Ah, da wirst du. Oh, ich werd getroffen. Go, go. Ich seh nix. Ich muss nachhören. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wils hat geübt, ey. Haut rein. Ciao.